Oh nein Leute, also die Aufnahme ist gerade schon wieder beendet worden, ich weiß nicht wo die aufgehört hat Ach das ist alles scheiße, hier ist schon, es ist doch gerade die erste 4 plötzlich Holte dieser, dort, Chipback Ich sehe nämlich gerade eine Eclipse drin, da brauchen wir uns keine kaufen Dann kaufen wir uns eh keine Schuld, wir sind ein Leoparder Sag mal wo, wo die ist, oben links halt oben links, ok, das krieg ich Ich geh oben links, oben links Der Flughafen halt, der oberste, linkeste Flughafen Warte, hilf dich, warte mal Ich seh jetzt ja gerade eine Eclipse dran, hier sind so viele Flugzeuge, ticke Ja ok Slash Willst du dich wieder reinsetzen ins Auto? Und wollen wir zur Flugzeuge sammeln? So, 100 Tagen, wir fliegen Also wir heften zur Flugzeuge sammeln, wir fliegen damit dann los Ok, da stelle ich hinter mich und dann heftest du das an Achso, hintereinander, ich sag nebeneinander Ok, da stelle ich neben mich Das geht aber schief, ne? Leut, guck mal, wenn ich hier auf den Flügel laufe Lass mal hintereinander machen Jungen, was machst denn du? Warum fährst du jetzt auf mich drauf? Ja, fliege ein bisschen weiter vor, ich hab's mich verkannt Der, du brauchst du nicht weiterfahren, Digger Hör auf Ich mach alles Doch, du fliegst Oh Junge Hallo, jetzt bin ich erst mit dir reingespannt Ok, ich öffne mich jetzt auch nicht dran, ne? Ich dachte, du würdest neben mich gehen Achso, stimmt Aber lenke Ja, stopp, ich soweit Ja, ich soll noch, noch lenken Ok So Warte, ich mach Warte, wollen wir beide machen? Ja, ich wollte kurz sagen Hast du? Ja Willst du? Ja, zwei Zwei Eins Los Junge Junge Loh Alter Hahaha Ja, warte, wir machen das kurz einmal Wie beim Kontrollen vibriert, Alter? Ja, bei mir vibriert das schon wann Also, komm, gut ist der Kontroll, Alter Hm Ja, morgen würde ich sagen, wir machen doch hintereinander, irgendwie Ja Nein, noch verbessert Wir fliegen beide gerade hoch und dann versuchen wir ganz nah zu kommen und dann machen wir uns einander Ja Ok, aber dann müssen wir trotzdem ziemlich gleichzeitig starten Ja, ich bin genau hinter dir Los Sofort hoch Sofort hoch Achso, falsche Seite Ja Ja, kurz sagen, warum gehst du hier nicht hoch? Hallo Ok Ja, guck mal, ich fliege Warte, Achtung, Warte Das war ganz ruhig Wir bleiben auf 200 kmh, ok? Die 220 sogar 230 Perfekt, Achtung, Warte 230 Warte, nein, ja, ich steig aus Warte, nein, ja, ich steig aus Flieg so nah an mich Flieg so nah an mich Du Katz, du musst dann halten Ich steig aus Bisschen näher Ich will schneller werden 260 fliege ich Nein, bitte nein Wo bist du? Hä? Ich bin da nicht dran gekommen Hä? Ach du bist so behindert Warte, ich... Du... Ich bin zu nah gewesen Warte, ich lande, dann kannst ich wieder teleportieren Ok Ja Du bist so ein Bob Ja, ruhig du mal so nah dran fliegen, Alter Das wäre echt... Nein, nicht jetzt teleportieren Hast du dich jetzt teleportiert, oder? Nee, ich bin noch hier ist schon, Alter Passt so mal Gucken wir uns wieder überlegen Slash... F... Join... Ah, der Join Fische Fisch, Alter Go to... Auch nicht Also sag bitte, wenn... Ich falle noch, vielleicht falle noch circa 5 Sekunden Ok, ich bin gelandet Ja, alles Ok Ich dreh kurz Ich bin genau auf der Blutlichtung Das ist schwer Hä? Möge man meine Ok Probierst du, probierst einfach mal mal Ja, wir haben ja Zeit Hier kommt aber grad jemand Also etwas... Ok, go 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 Oh Leute, ich fahr gleich in den Schein Lass dich mit Leute, wer war das? Leute, da steht auf mich drauf Auf mich drauf Auf mich drauf? Ui Abdrehen Folg mir Bleibst du Leute Hast du einen mitgenommen? Ne, das war nur Spaß So, bleibst du bei mir ja oder? Nein, warte, bleib langsamer Bleib langsamer Versuch mal zur Waagerecht wie möglich Bleib Aber ich hab's Versuch mal zur Waagerecht wie möglich Bist du das an mich abschießt? Ja Aber aufhören Zur Waagerecht wie möglich Lass mal langsamer Genau 270 Halt 270 Ich drück's schon gar nicht mehr Warte ich erst, ob es noch ankommen So, Achtung Oh Gott Liegt 270 Oh Gott, du läckst Oh Gott, das war nicht Nein! Ja, nein Scheiße Ich werde ein bisschen schneller Ich werde ein bisschen schneller Nein, ich helfe an Du musst fliegen Ich helfe an Du sagst, wenn du so weit bist Achso Ja, sonst musst du ja weiter kommen Flieg mal ein bisschen höher Ja, ich fliege jetzt weiter kurz ein bisschen höher Okay, komm So hoch doch nicht Warum denn? Weil Da kriegen wir ein bisschen weniger Schub drauf Wenn du hoch fliegst Ich bin jetzt auf 200 kmh Ja, und? Ja, und? Es wird eh wieder schneller Du kannst auch bremsen Der 8er Okay Oh Leute, ich bin ganz nah bei dir, Alter Jetzt Cool Was machst du? Du? Du bist abgedreht Nein Natürlich Guck, wo du jetzt bist Ich flieg ganz Ja, ich bin schon sehr abgedreht Ja, ich weiß, aber du bist ganz willkommen abgedreht Nein, ich flieg ganz sehr gerade Na, Leute Weg mal neben mir Na, Leute Bei mir bist du gerade Hä? Wo gehst du denn jetzt? Ich flieg die ganze Mai weiter gerade aus Hab nichts gemacht Du bist abgedreht Du bist so behindert, Junge Du kannst Ja, ich bin ganz normal neben mir Ich... Nein, du hast gerade gesagt, du bist abgedreht Ja, ganz normal Da bist du stopp Warte, ich drehe Ja Ja Komm, nirg zu mir ran Nicht, nicht, nein, 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 bleib, bleib, bleib Blö Junge Jetzt bist du abgedreht Nein, will ich nicht Ich bin auch geleckt Warte, warte, warte Du bist gleichsam Bleib doch da Ja Ich fände die ganze Zeit da Du drehst dich bei mir voll runter Nein Dann legst du wieder hoch Flieg weiter nach links Wo bist du dort? Ja, ich weiß ich Du bist... Junge, jetzt mein Flugzeug weg Ja, eben, du... Du bist voll geleckt Also da oder bist du gerade irgendwas? Nein Das ist immer so, wenn man Lern auf dem Flugzeug draufsteht Gezweck Nein Nein Will ich langsam mal unsere Aufnahme abschmieren? Nein Ich hab schon mal gestoppt Ja, ist okay Aber es durfte ich gleich wieder, ja Ist klar, aber wieder vorbei Okay Ja, hey, wollen wir darum das abschließen, das ist in der Aufnahme gut Ja, den hier abschnecken Ja, den hier abschnecken Ja, mit den zwei Flugzeugen, das war uns gegen... also... fliegen halt Also, ich meine... Das schafft man nicht mehr Na, dann... okay Also, was machen wir? Gucke doch, wie er leckt Ne, wenn wir kurz auf zehn Sekunden rumlaufen, dann ist auch vorbei Okay, wir sind wieder Ähm... und was machen wir diese Folge? Ja Dass wir den Flugzeug irgendwie zum Problem Okay, dann noch wie das Leuchttet wird Dirk 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 Ja Ja Dirk 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 si Dirk B Diese Anti kann ich irgendwie slash friend ad showbox oder so das sehen wir uns auch immer so was machen wir mit dem wegsnapern warte 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 bist du behindert ich würde auf mich lenken dann hast du einen absnappern ja weg snapt du bist du ja ich hab mich hat das extra gemacht mit den abschneiden kannst du ja okay wenn ich alles gebe du kannst du ja ich dachte schon mal ich müsste jetzt ein flugzeug drin stehen ich versuche mir ganz knapp das zu starten warte 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 ich nehme pinken ok ähm ich wollte immer mal versuchen im Wasser zu landen es geht nicht hier ist drauf nein geht es geht es hat schon das werde ich in dieser aufwand beweisen wo gehst du da hin einfach ans Wasser ein bisschen nach dem langen langen ist abgeflogen oder guck mal hier ist ein Flughafen egal ich lande jetzt erstmal im Wasser auch wenn ich da nach sofort aus dem Flugzeug rausgeworfen werde da bist du ne bist du nicht ich bin doch kein Abschießen guck Leute es geht ich bin nicht explodiert egal wir fliegen jetzt ähm fliegen mal zum MyHall Club ich bin erstmal zu der Tür bitte ich mal weil hier der Gehörte fliegen da wo bist du jetzt hin an dem flughafen der in der Nähe ist der Kleine machst du Lash F go to ja dann musst du auch wieder hier sind Flash F go hier können wir uns jetzt weiter ansetzen ja echt weil sie das Flugzeug diese Cassius diese Cassius ich hab hier alles gefunden alle ok warte bist du da ja siehst du mich ja ich komme nicht nee an der Seite einstecken warte ich muss jetzt so kurz abschalten ok go go willkommen bei der GW Let's Player bitte folgen sie allen Anweisungen vielen Dank für ihr Verständnis auf Wiedersehen auf Wiedersehen ich weiß ich weiß und dann äh da hinter zu diesem na egal wohin runter rechts am besten lieber über den Berg so ein bisschen so ich geh erstmal raus ja wir verlieren Ankammer du musst nicht schneller ich weiß na ich geb schon voll Gas nicht senkrecht fliegen sonst fallen wir irgendwann mal nach rechts um na und na ja wir werden ja ein bisschen höher machen wir doch ich hab bereits die Haltierung verloren so haha wie hoch sind wir ohja ohja hoch halt ich muss nur nicht Maximum aber hoch warte ich brauche kurz jetzt wieder da sieht man fast alle Kontinente da hinten ist die Wüste grau jetzt ist es genau hier senkrecht zu hoffen ist es hier die Wüste Kamera drauf und kann wieder hochfliegen weil ich will gucken ob es denn die Wüste war jetzt ist die Wüste außer ich bin schon zu senkrecht aber dann musst du noch was sagen so 3 2 1 dann drücken Y irgendwann mal dann versuchen wir beide so gleich zu fallen halt ok aber wir müssen jetzt noch vielleicht jetzt warte warte dann 10 runter und dann steigen wir aus ohne Fallschirm ja genau einfach raussteigen ok ich mach aber hin ich muss gleich ach so ich dachte ich dachte mal ok 3 2 warte 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 ich mach mal jetzt ich mach mal jetzt 3 2 1 jetzt oh da hab ich bald fehlen wo bist du senkrecht senkrecht runterfallen ja oja oh mein Gott wollen wir einfach auf den Boden knallen ja ok wie viel hast du bis jetzt drauf 270 4 Sekunden fällst ich schon 17,8 nein 20 wieviel grad fällst du ich fall äh 56 grad ich auch wieviel kam hast du drauf ich werde aber abgefremst hat er gerade 270 jetzt ist jetzt wieder zurück ja bei mir auch oh vielleicht ich fahre schon fast eine Minute ja wie lange äh äh ok 50 Sekunden ja ich versuche es auf eine Minute rauszukriegen ich kriege ich prall gleich auf nein Leute wir werden sterben nein 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 oh mein nein ich muss euch mal vorstellen wenn man einfach so drauf knallt und die werden muss spritzen da platzt alles eh oh ja jetzt alles ok Leute dann würde ich sagen was hier für diese Folge es würde ich gleich von Skoslern wenn die Köln beendet werden worden sein ähm dann bis zum nächsten Mal das ist dann wahrscheinlich jetzt der letzte Beta Test und dann bis zum nächsten Mal im Release Dings Bums und dann tschüss tschüss